Wenn du NPCs dann opferst und du nichts machen kannst, ist halt echt ein Problem, so ne? Kann ich eigentlich zurück gehen? Ne. Das war das Problem an der Tür, ich hatte beim zweiten Versuch, an der Tür, den ich ja frei hatte, weil das Spiel gecrashed ist, hätte ich einfach nur hinten vielleicht die Lüftungsschächer nehmen müssen. Hauptsache ich geh jetzt auch vor, nicht dass er jetzt stirbt. Ernsthaft jetzt? Ohne Scheiß, warum darf ich denn nicht schießen, Alter? Ja. Warte. Hallo? Oh. Oh. So. Wo ist denn das Problem? Ich verstehe auch nicht, warum die NPCs vorgehen, ne? Das hätte echt nicht sein gemusst. Und vor allem dafür, dass Saschko so ein harter Dude war, hat er nichts ausgehalten. ne? Also muss ich jetzt auch mal ein bisschen Kritik äußern. Springt rücklinks aus einem 5m hohen Stockwerk, wo du halt eigentlich nicht überleben kannst. Aber läuft dann blindlings in den nächsten Typen rein, also ganz ehrlich. Ich denke, wie viel, wie viel weiter sollte man sich denn noch vorbereiten? Ich habe doch alles gehabt, was ich haben konnte. Also es ist schon damit. Du musst quasi deine Leute hier opfern, habe ich das Gefühl. Was? 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 Ich weiß das in dein Herz, mein Herr, ich habe genau gesagt gesagt, Ich habe mich vor allen Jahren leider nur recheniert. Ich hab Antwortet. Aber wie konnte? Du musst questa nicht sein, das Fantasyident bleibt. ain 거야, самое k начalt années. Ein Vater Kollege. Wir alle nahe, zusammen, уб stopt! Ich viel verschréh, mein Herr, es er verbrennen. Was political hat mich�lett? Ich weiß keine holds! Wie kann ich denn das tun? Das ist wohl jemand kontrolliert von dem Channel Belied. Gebe. Die. Portal. Tatjana, are you still there? Boris! Help! Die! Igor! I do not understand. Fuck. Reactor. Chernobylite. What do I do? Das klingt so wie eine gespaltene Persönlichkeit zum einen würde ich aber mal sagen Tatjana ist noch da in einem bestimmten bestimmten Teil aber Shenobliet spricht auch durch sie also der Organismus irgendwie habe ich das Gefühl we will see ganz schön dunkel hier drin ich mache euch mal Licht an ah ja nun das ist einfach nur so ein Dude das ist der schwarze Stalker alles was wir getan haben war nur für Tatjana sagen dass Shenobliet zerstört werden muss das ist nicht wahr? ich will zu retten Tatjana du kannst das zu erinnern aber unsere Zielgruppen sind in der Tatjana wie ist das? wir beide gehen nach dem gleichen aber das ganze Zeit haben wir schon jemanden ohne ihn zu wissen Shenobliet komm mal, ich bin zu weit weg, um eine linee zu schwarzen wir beginnen von dem Anfang du wirst du wissen, wer ich bin? Boris. Ich würde sagen es ist Boris. Wollte mich nicht wundern, wenn ich mir jetzt selber gegenüberstehen würde, hahaha. Vermute dass ihr ein und dieselbe Person seid. Haha. 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 Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Zeig ihm, dass es dir scheißegal ist. Ich weiß es nicht und das interessiert mich auch nicht. Das ist nur ein Freak, der zwischen mir und Tatjana steht. Vermute dass ihr ein und dieselbe Person seid. Keine Ahnung ob die klassische Zeit als Paradoxon Theorie auch für mehrere Dimensionen gilt, aber es würde erklären warum er mich nicht töten konnte. Die Frage ist, was mit Boris passiert ist. Es gab einen Unfall, wo er sein Gesicht entstellt, der angeblich sein Gesicht entstellt hat. 50-50 Chance. Ich würde fast sagen wir sind die ein und dieselbe Person. Ich bin Igor Kiminyuk. Ich habe nur mein Name geändert, um mich zu retten, um mich zu retten, zu retten. Das ist wahr, aber nicht in der Weise, wie du denkst. Die größte Frage, die wichtigste Frage. Die Frage, die du irgendwie verabschiedst dich all diese Zeit hast, ist, wer bist du? Denn du bist nicht Professor Igor Kiminyuk. Du bist nicht. Ich bin Igor Kiminyuk. Ich bin Igor Kiminyuk. Was? Wie? Mit versuchen, mich zu töten zu töten? Wenn ich dich zu töten würde, habe ich das erst einmal in der Power Plant gemacht gemacht. Du bist nicht zu sprechen, in verdammt Ritteln? Die Wahrheit ist schwer zu spüren, ich weiß. War schwer für mich, auch. Du bist mir. Tachana ist nicht deine Frau. Sie ist meine Frau. Alles, was du erinnerst. Alles, was du erinnerst, ist nichts von dir. Du bist eine Frau. Du bist jemand anderen Leben. Meine Leben. Du bist mein Klon. Du hast mein Körper, mein Gehirn, meine Fähigkeiten und, die wichtigsten, meine Erinnerungen von vor dem Tschernobylchen. Was? Was? Wie ist das überhaupt möglich? Tachana war sterile. Das war unsere persönliche Konsequenze. Aber als Seminov sie nach dem Duker fiasco, sie verletzt wurde. Erstmal, ich dachte, Boris war der Vater, und ich war mit ihr. Aber das war eine andere von Seminov's Lies. Er braucht mich, um auf dem Projekt zu bleiben und studieren Tchenobyl. Also hat er Tanya mit der Nanosoluzion verletzt. Was? Was? Du Schauen Sie mich. Du was nicht gegenseitig sein, Amongst Examples. Die Schmaler Rennro好不好. Du f làn. Du าน Und das ist das, was ich gemacht habe. Du sagst, Tatjana's Kind, die du in die woods in 1990 hast? Aber das ist nicht möglich. Nicht möglich! Ich habe keine Ahnung davon. Natürlich nicht. Du sahst wie ein Kind, aber du hast eine kleine Kindheit. Ich erinnere dir einen Schein, die Tatjana knifte für mich. Die Nacht war so warm. Es hat meine Name auf. Der Schein? Ich hatte es in der Kampen. Wie krank ist denn dieser Plotfest jetzt? Wie krank ist denn dieser Plotfest jetzt? ganze Zeit. Sie wollte mich hier. Was ist denn? Ich bin Angst, dass du bist, mein schlechtes Junge. Wir waren alle. Es war nicht Tanya, die dich hier bezeichnete, aber sie. Chernobylite? Aber die Bilder, die Sprüche. Sie fühlten sich so real, ich weiß. Deine Mutter war deine größte Schwierigkeit. Und die Entität hat das gespricht. Sie wollte dich hier. Sie hat einen Plan für dich, duhst du? Und ich kann es nicht ermöglichen. Niemand hat mir eine Bildung von Tatjana und die Schoenobelite. Es waren keine Hallucinationen. Sie waren reale. Ich konnte nicht meine Portal-Gunen ohne sie. Oh, das. Es war dieser Seminot, natürlich. Er wollte dich hier auch bringen. Er hat es niemals überrascht, wenn du weg bist. Nicht, dass es jetzt wichtig ist. Ich hoffe, dass du weg bist. Aber es ist zu spät jetzt. Ich kann nicht, dass du mit der Entität in irgendeinem Weise interagieren kannst. Nur ein von uns ist in diesem Raum lebendig. Warte, 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 warte. Ja, können wir nicht darüber reden? Wir haben es gerade gemacht. Auf Wiedersehen, Junge, Igor. Ich wünsche, dass du das Sternobylite einfach vernichten? Ach, come on. Das muss doch jetzt nicht... Muss das jetzt wirklich sein? Also wirklich, ich würde ja gerne das Sternobylite vernichten. Jetzt muss ich gegen den Typen kämpfen. Ich kämpfe quasi nicht gegen meinen Vater, weil ich habe ja keinen Vater. Aber ich kämpfe gegen den, der ursprünglich versucht, die Katastrophe zu verhindern. Wenn ich jetzt gewinne, findet die Katastrophe ja statt. Was zum Henker? Das macht mich jetzt natürlich ein bisschen nervös. Gäste! Da geht's! Ich meine, er hat keine Chance, weil ich habe diese vier Munitionen mit. So, die Portale sind fix, okay. Ich habe leider in die Luft geballert. Oh, fuck. Noch. Er hätte mehr von dieser Munition machen sollen. Er lädt halt auch nicht fertig nach, was ist mit ihm? Hey, ich wusste es doch nicht. Chill doch mal. Ich meine, hätte ich das gewusst, hätte ich es natürlich nicht gemacht, ne? Also, ja, ich verstehe nicht, warum man manchmal die Waffe nicht hochnimmt. Ja, ich bin definitiv besser als du. Aber gerade nur, dass ich nicht mehr Munitionen gecraftet habe. Oh, mein Gott. Du hast es schon bereit. Ich versuche, es zu machen, für Tachanas. Alter. Der haut aber auch ganz schön rein, muss ich mal sagen. Komm schon, zeig mir den neuen und verbesserten E-Golf-E-N-Lock. Ich wünsche, dass es einen anderen Weg gab. Oh. 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 Er teilt schon hart aus, ne? Muss man schon sagen. Da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab. Warum musst du hier kommen und komplizieren Dinge? Komm mal lieber raus aus dem Loch. Komm mal! Show mir einen neuen und verbesserten Eagle! Kann ich die Portale eigentlich zerstören? Na? Der hat noch 50 AP? Der hier in den 10er Kampf, meine Fresse. Ich habe mich jetzt in die Zwischenwelt geschmissen. Reden wir jetzt oder geht es jetzt hier... Wie geht es jetzt hier los? Ich habe keine Ahnung was das jetzt hier wird, ne? Ah ja! Ah ja! Was? Oh! Olivier! Nice! Was? Du... Du solltest tot sein. Was? Was? Hey, I'd prefer to die fighting. Wait! Don't waste the chance I've given you, Igor. Finish the job.